eine eiländer mas4 soprano ukulele haben echt entzückenden korpus was war das spalted malted naja maple irgendein kram guck dich das an sehr hübsch ist das allerdings ist es ein laminat aber das macht ja eigentlich heutzutage nichts mehr früher als die die sperrholzdeckchen so finger dick waren da hat das einen unterschied gemacht heute ist das nicht mehr so tragisch so 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 Holz.